Wer Erdnussbutter und Schokolade liebt, der wird bei Peanut Butter Cups ausflippen. Ich zeige euch ein Rezept für die kleinen Köstlichkeiten. Peanut Butter Cups stammen aus den USA und sind kleine mit Erdnussbutter gefüllte Schokopralinen. Wir starten damit, die Schokolade im Wasserbad zu schmelzen. Dafür nehme ich Vollmilchschokolade und Zartbitterschokolade. Und die habe ich schon mal gehackt, so schmilzt es sich besser. Nehmen für die Peanut Butter Cups immer gute Schokolade. Denn je besser die Schokolade, desto besser schmeckt das Ergebnis. Die Schokolade im Wasserbad auf mittlerer Temperatur schmelzen. Dabei darauf achten, dass die Schokolade nicht anbrennt. Also immer mal gut umrühren. Die Schokolade ist geschmolzen und davon wandert jetzt ein Teelöffel jeweils in die kleinen Muffinförmchen rein. Der Boden sollte jeweils gut bedeckt sein. Die Schokolade kommt jetzt für 10 bis 15 Minuten in den Kühlschrank, damit sie hart werden kann. Während die Schokolade im Kühlschrank ist, erwärme ich die Erdnussbutter. Ebenfalls im Wasserbad. Ich liebe Erdnussbutter. Und verrühre sie mit Puderzucker und Vanillezucker. Zack. Die Erdnussbutter ist gut cremig geworden. Und die fülle ich jetzt in einen Spritzbeutel. Den habe ich hier so über ein Glas gestülpt. So lässt er sich perfekt befüllen. Jetzt schnappe ich mir meine Schokolade. Die habe ich schon aus dem Kühlschrank geholt. Und gebe jeweils ein Klecks auf den Schokoladenboden drauf. Dabei ist wichtig, dass die Erdnussbutter nicht die Ränder berührt. Weil am Ende kommt nochmal Schokolade drauf. Und die sollte die Erdnussbutter gut umschließen. So, und jetzt kommt der Rest der geschmolzenen Schokolade drauf. Die habe ich hier über dem Wasserbad gelassen, damit sie schön flüssig bleibt. So viel Schokolade draufgeben, dass die Förmchen richtig gut gefüllt sind. So, zum Schluss noch einmal kurz auf die Platte klopfen. Verteilt sich alles gut. Und die kommen jetzt für zwei Stunden in den Kühlschrank, damit sie richtig hart werden können. In einem kleinen Tütchen verpackt sind die Peanut Butter Cups ein tolles Geschenk für die Liebsten oder für einen selber. Euch viel Spaß beim Nachmachen.